Ein wunderschönen Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich mit euch Donut Tram Tycoon. Das ist ein Tycoon Spiel. Ich habe das selber erst vor zwei Minuten internisiert. Hier auch mein Handy. Und es gibt schon 500.000 Aufrufe. 4,6 positive Bewertungen. So, schauen wir mal hierbei. Weiterlesen. Sei ein Kapitalist. Inventive Kaufe und Handel mit Immobilien. Auch der Bedienende. Donut Tram sind rein zufällig und nicht beachtlich. Donut Tram hat Tycoon verwendet die Welt in der Lose-Werde. Ja, ähm, Geldbonus check-in. Ähm, ja, das interessiert mich daran. Ne, aktualisiert am 2.12.2016. Ähm, gibt er schon. Wenn er das Spiel, ja, ich würde sagen, gehen wir mal in das Spielmodus rein. Nicht wundern, man hört ja gerade auch überhaupt keine Musik. Ähm, da kann ich ja gerade auch nicht abschalten oder anmachen. Donut Tram hat Tycoon Wischen. Kaufe Immobilien in der Umgebung im echten Leben. Klar, klassiere Miete, wenn Leute dein Immobilien besuchen. Starte nicht ein globales Immobilien-Imperium. So, ähm, da werde ich euch mal vor, ähm, auch Pause ausdrücken, einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ähm, so, jetzt geht es schon los. Und dich baut ihn. Willkommen bei Tram Tycoon. Lass uns dein Interview aufbauen. Mach dich bereit. Tutorial überspringen. Ne, wir machen trotzdem wieder. Tutorial. Ach Gott. Zu lachen. Nein, dann eben nicht. Warum braucht das die Klecke? Hier sind Immobilien auch der Lese gleich an und ihre Welt zu sehen. So. Ja, ich bin nicht als das da mal eingestiegen, weil ich euch einfach mal ansehen wollte. Immobilienbesitz. Machs Immobilien unerledigter Papierkram. Und ich lade sehr lange habe ich das Gefühl. Machs Papierkram. Oh, geht das ja auch mal weiter. Machs Papierkram. Machs Papierkram. Ja. Machs Papierkram. Mmh. So. Ja. Mh. Laden, Laden, Laden. So oft bin ich hier mit WLAN verbunden und das Internet ist einfach mal wieder schlecht. Ja, ähm, 50.000. So, ähm. So, ähm. Das ist von 0,1%. Ah, hier sind Gebote. Okay, okay, okay. Ja, ich muss da auch erstmal ein bisschen verstehen. Hm. Weiß ich nicht, was ich... Ja, oh Gott. So entspricht mich nicht. So, ähm. Da sind diegische Kinder. Oh, ja jetzt nicht. Man hat uns überboten, na. Ja, ähm, Landgebühr tun, ähm, so, wir kaufen mal einfach mal eine Immobilien, oh Gott. Äh, da, 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 ermöglich auch, nein, so, oh Gott, nein, oh Gott, ja, ähm, ja, wenn dann, ähm, ja, von dem Tycoon bin ich mich nicht so sehr begeistert, ich hab da einfach auch nur zufällig gefunden, ähm, ja, ich möchte es wieder kaufen, aber sonst ist das gut aufgebaut, ähm, mach mich ein bisschen eher, wie, dass, äh, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, ich muss euch ja alles erstmal verstehen, ähm, ich würde sagen, wie es weitergeht und wie ich mich damit weiter empfinde, das werden wir uns das nächste Mal anschauen und damit würde ich sagen, von meinem Kanal, er war auch wieder, bis zum nächsten Mal, hier auch mein Kanal, ja, bis bald. ARKLista 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 ARKLAN ARKLista Untertitelung des ZDF, 2020